das passt hier kommt aber kein eisen an und kein fisch und kein getreide kommt hier hinten auch kein getreide an müssen wir vielleicht den händler ausbauen ich glaube ich kann nicht mal so schlecht wenn wir hier mal ein bisschen was in die händler noch mal investieren bauwahlen fehlen tatsächlich die bauwahlen jetzt aber komm was brauchen das ding überhaupt habe ich keine acht drauf gehabt 60 na gut dann muss man wohl noch eine runde drehen lassen na endlich keramik kommt hier recht wenig an eisenwaren allgemein also das war jetzt nur alter schwede brot ok cola haben wir jetzt eine überproduktion ok cola haben wir jetzt eine überproduktion ok die stadt haben wir soweit hier haben wir ah ja gut da hier hinten schon kohle überproduzieren haben wir das natürlich hier mit reingezogen wein könnten wir hier hinten auch noch mehr gebrauchen so wie sieht es denn jetzt eigentlich hier unten aus hier kommen echt so gut wie keine töpferwaren an und auch keine keine werkzeuge das heißt das muss hoch das muss hoch so nächste baustelle ist bier naja hier kommt zum beispiel keine wolle mehr an aber die haben wir ja erst aufgebaut getreide kommt auch keins an oh ich glaube das war es das war das maximum jetzt müssen wir die kapelle bauen damit wir in so viel höher kommen so wie sieht es denn hier aus achso hier fehlen ja haa die eisenwaren mit freude mach mal kurz einen absticher hier hin mit vergnügen mit vergnügen gute aktiviert also das mit der überproduktion ist echt gar nicht mal so einfach eine überproduktion drückt den preis extrem mehr und jetzt die gewinnmarge die gewinnmarge der 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 so, aber das hier hinten wird aber auch so langsam so, weil so viel hier so gewachsen ist wahrscheinlich was sieht es denn jetzt mit unserem Imperium aus? ach guck mal da, jetzt haben wir mal einen guten Schuss gemacht also das ist einzig und allein der Ausbau der Städte hier kommt kein Getreide an, das liegt aber auch daran, dass da fehlt noch die Stadt mit dem Getreide so das ist auch das, wenn wir hierhin gehen deswegen haben wir hier so viel, weil wir hier diese Burg haben und hier überall nur so wenig da hier unser Feind ist, sollten wir vielleicht doch schon vorher hier hingehen kein Ding wo ist ok, dafür brauchen wir Eisenwerkzeug Metallwaren mhm 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 Ich denke, hier gehen wir dann mal mit dem Honig runter, den produzieren wir in der Stadt, die wir hier unten platzieren und bauen da auch nochmal Metallwaren hin. Und das beziehen wir am besten von Sophia. Es läuft ja da eine Handelsroute lang. Genau. Und diese ewig weiter Handelsroute. Genau dich. Du wirst obsolet. Mit Vergnügen. Und so, komm, kannst ruhig da mal langlaufen. Wie ist es die verkehrte Richtung, ne? Schon unterwegs. Und schon wieder. Genau, so rum. Das soll ja die Eisenbahn von Sophia nach Arla bringen. Und ein Rüst, ja gut. Ey, Moment mal, wir könnten ja Tesalo-Niki noch mit reinbringen. Hä, wo sind die Händler hin? Wir ziehen los. Gut. Allheen Mal. Wenn ihr das신. Może bei mir 은. Aber wenn es ihr hier bei mir ist. Huh? Und das macht euch so, es geht an. Ausatmen. Und das macht bo Dat dolor typed. Was machts an? fallait aus. Alles, meine Musik mild. Und das ist das transformer node. Also muss ich zwei freile, schein questionnaire Line, So. Larissa brauchen wir nicht, das ist blödsinnig. Verfolgen die sich gerade gegenseitig? Ah ne. Komm, jetzt gucken wir uns mal diesen tollen, hübschen, neuen Konto an. Ja, kann man sich sehen lassen. Ähm, da wollten wir eigentlich noch ein paar Karren herstellen. Das klingt gut. Das klingt gut. Nicht schlecht. Achso, Athen ist zu groß, ne? Das klingt gut. Auf dem Weg. Also los. Auf dem Weg. Kannst du da vergissen, ich krieg hier keinen Wein rein. Das klingt gut. Auf dem Weg. Also los. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auf dem Weg. Nicht schlecht. Das klingt gut. Okay, dann ist es egal. Dann kann ich auch da hinten hingehen. Ein schönes Land. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Wir bauen alles aus. So, das ist ja jetzt die Nahrungsversorgung. Haben wir ja gesagt. Wenn wir jetzt noch die Früchte herstellen, dann haben wir auch komplett Futter. Können wir die Früchte hier hinten rausholen? Gibt es aber keine Metallwaren hier. Okay. Lass uns auf die Früchte hier in calcium. So, ja. Dann sind wir ja noch. Achso, Honig brauchen wir dann hier ja auch nicht mehr. Können wir den ja da unten herstellen. Können wir hier die Kleider herstellen. Können wir die Kleider herstellen. Okay. Können wir hier noch wissen. Was hat das hier? Das liegt ja gut. Nein, das dein Wasser ist zu dir geworden. Ich glaube da hinten sind noch ein paar... ...Wägelchen für dich. Ah, die Karawane. Oh, der ist gar nicht vollgepackt. Läuft das so gut oder so schlecht? Hm, also eigentlich läuft es ganz gut. Wenn man die Startschwierigkeiten erst mal hinter sich hat, dann ist der Rest recht einfach. Können wir mal so langsam auch in die Richtung Armee gehen. Was wir haben, haben wir. So, ja, okay. Das Material fehlt ja noch. Okay, einfach halt so. Zeig den Weg. Komm, du mal nochmal nach Hause. Hey, wir haben ja Geld. Das heißt, wir müssten mal hier die ganzen Hauptstraßen. Die inneren Ring unseres Imperiums ausbauen. Wir bauen alles aus. 3000. Oh, befestigtes Kontur. Ja, das mit der Bilanz ist auch wieder nur, weil ich gebaut habe. Okay, wie sieht es denn hier jetzt aus. So, Fisch haben wir genug. Salz könnten wir noch gebrauchen. So, Salz könnten wir noch gebrauchen. Also, irgendwie habe ich mich hier wie so einen schrägen Strich hier hochgebaut. Ja, gut, Arbeiter fehlen. Wie immer. So, jetzt können wir einen Getreidehof gerade noch errichten. Oh, das sieht aber hier ganz gut aus. Ach so, ja, die Früchte. Wie war denn das hier? Die Früchte hier sollen ja wegfallen und dadurch ersetzt werden. Das wollte ich auch nicht. Hier ist immer noch kein Wein. Das könnten wir noch gebrauchen. Salz fehlt. Ei, 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 ei. Na gut, mit Holz reicht es noch aus. So, die Überproduktion hier ist immer noch Thema Nummer eins. Hier haben wir eine Überproduktion an Metallwaren. Ei. Dafür fehlt es an diversen anderen wie Wein, Holz. Keramik. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass das nur so wenig ist, die Bauerns Realien, weil ich so viel jetzt gebaut habe. Hier stoßen wir aber so langsam an die Grenzen. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Untertitelung des ZDF, 2020 Warum war es halt so? So, wie sieht es hier aus? Okay, solange es nur heißt Arbeiter fehlen, ist alles in Ordnung. So, das ist ziemlich das Einzige, was wir herstellen. Ach ne, das ist sogar das Einzige, was wir herstellen. Ah, wir haben es bald geschafft. Und dann sind wir Baron. Ja, denen geht es wirklich nicht so gut. Wir müssen in den anderen Städten die Bahn pushen, damit hier was ankommt. Oh ja, ich hätte es nicht gedacht. Wir brauchen Früchte. Na gut, Ziele fehlen. So, jetzt muss ich aber aufhören hier in Castoria was zu bauen, sonst gehen Ziele hier nie aus der Stadt raus. Ja, aber das ist doch was. Guck dir das mal an. Eine positive Blanche von plus 50.000. Da kann der Krieg kommen. Und dann kann ich mich aufhören. Und dann kann ich mich aufhören. So, jetzt kann ich mich aufhören. Untertitelung des ZDF, 2020